Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Willkommen in diesem sofort lieferbaren Fahrt-Car Ambiente mit Klimaanlage. Die Komfortausstattung umfasst eine Klimaanlage, ein CD-Radio MP3 mit Aux-Anschluss, Servolenkung, von innen verstellbare Außenspiegel, ein Boardcomputer, Kopfstützen hinten, umlegbare Rückbank und Fußmatten. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sicherheitsausstattung besteht aus zwei Airbag, AWS, Servolenkung und einem platzsparenden Reifenreparatur-Set. Das Fahrzeug ist schon mit der neuen Start-Stop-Technik ausgerüstet, somit Schadstoffarm Euro 5, bei einem CO-Ausstoß von nur 115 Gramm, somit sehr sparsam in der Steuer. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020